Wir sitzen jetzt im Mitsubishi E1-9, das ist eigentlich das aktuelle Spitzmodell vom Lenzer mit Agatantrieb 280 PS Serie. So wie es hier ist, wird es auch in der Gruppe 1 verwendet, in der Rallyemeisterschaft. Wir haben zusätzlich noch einiges an Modifikationen gemacht oder eingebaut, um die Leistung besser auf die Straße zu bringen, haben wir die Serienkupplung durch eine Kiewler Sintermetallkupplung ausgetauscht. Das ist ein Sportluftfilter drin und das Fahrzeug ist am ALAT-Prüfstand eingestellt auf den Sportluftfilter. Von der Leistung her habe ich schon gesagt, 280 PS, eine Spur wird er jetzt mehr haben. Beschleunigung ist je nach Geschick des Fahrers circa um die 5 Sekunden, 4,8 bis 5,5 Sekunden. bis jetzt wird ab 16,5 Sekunden, bravo Fuss. Bis dann wirklich. Bis dann bis jetzt. Bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann weiß ich jetzt. Ich habe mit dem Motorrad auffahren aufgehört, weil mir persönlich es zu gefährlich geworden ist. Sehr oft ist die Emotion durchgebrochen und nach drei Unfällen habe ich dann gesagt Schluss. Ja! Ja! Musik Musik